Ich bin, äh... Schleift er irgendwo? Ich meine, warum verfolgen die mich? Was habe ich getan? Das ist 3 Uhr nachts, mitten in der Sperrzone Tschernobyl. Oh, ein... Und ich finde ein... ein Ding. Das ist ja nett. Ein, äh, Radiation minus 10, Bleeding plus 10. Werde ich erstmal nicht anlegen, behalte ich aber im Hinterkopf. Für später. Ja, was mich zurück zu meiner Überlegung bringt... Was will der von mir? F6. Quicksave! So, was ist das da hinten? Eine... Anomalie, nehme ich an. Gleich bin ich bestimmt wieder in the open. Da brennt es einfach nur. Schön. Da will ich nicht hin. Da ist doof. Äh, was haben wir hier? Mal gucken, ob wir unser Glück ein bisschen pushen können. Ja, wo bin ich denn? Ja, wo denn? Die viel bessere Frage ist, wo bist du? Ich meine... Oh, Kacke. Ja, auf dich hab ich grad Bock. Der Helikopter ist grad betrunken. Kacke, 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 Kacke. Ist der tot? Weiß ich nicht. Äh, ich hab vergessen, was das Quickding für Bandagen ist. Sollte ich mir eventuell mal wieder aneignen. Irgendwie kann man hier... Da. Also schon ein bisschen länger her. Ich kann hier durchgehen? Echt? Einfach so? Ganz frech? Okay. Nein. Ihr seid... Ihr habt Urlaub. Ihr dürft woanders hingehen. Ihr dürft, äh... Ich weiß es nicht so genau. Irgendwas tun, worauf ihr... Betrinkt euch einfach. Erfüllt das Klischee. Nee, aber ich glaub, die sind irgendwie... Die baggen irgendwo fest. Hab ich jetzt mal so ein bisschen die Hoffnung. Das ist das Schöne an Alpha Software. Yep. Das ist eine Anomalie. Auf die hab ich jetzt keinen Bock. Viel lieber hier lang. Into the Open. Um es mit den Worten des russischen Piloten zu sagen. Der... Aus welchen Gründen auch immer... Immer noch keine Lust auf mich hat. Oder gerade irgendwas anderem beschäftigt ist. Mit... Aus welchen Gründen auch immer noch... Pfff. Target is moving into the Open. Kann man hier rein? See anything? Ah, Zeug. Sonst noch was? Nein. Target is on the move. Ja, weißt du... Riechst du mich oder was? Ich mein... Wo auch immer du bist, du scheinst mich ja... Er scheint mich ja... Er scheint mich ja... Ja, ich glaub, das ist einfach gerade Buggy. Ich glaub, da haben wir einfach Riesenglück gerade. Wir haben ihn verloren. Bäm, ich kann ihn nicht sehen. Scheiße. Wir haben ihn wieder verloren. Wird das hell gerade? 3 über 30? Also man kann ihn jetzt auch nirgends erblicken, ne? Diese Lump. So eine Stelle hatte ich nämlich schon mal. Da musste ich vor dem Fliehen in einem Auto. War auch nicht wirklich geil. Ganz im Gegenteil. I really... What? What? Ich kann doch jetzt hier nicht... Helikopter? What? Minen? Echt, sind das Minen? Ich kann kein Russisch. Hm. Man weiß es nicht. Da hinten stirbt irgendwas. Lasst es sterben, Junge. Lasst es sterben. Ich glaub, ich pushe mein Glück gerade. Es wird lauter, oder? Passt auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich kleddere jetzt hier hoch. Dann lege ich mich in meinen Schlafsack. Vor den Helikopter. Weil ich ein Genie bin. Und dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Vielleicht ist ja auch da oben irgendwas cooles. Ein Feind. Oder ein Freund. Oder etwas in der Mitte. Das ist ein Loch. Man kann ihn unterfallen. Ja, ich verzichte. Bis auf weiteres. Nö, dann, äh... Schlafsack raus. Und, äh... Jus. Für... Weiß ich nicht. Vier Stündchen. Vier sexy kleine Stunden. Schönheitsschlaf in der Zone. Vielleicht kriegen wir ja sogar eine geile Traumsequenz. Die gibt's ab und an. Aber diesmal scheinen wir einfach nur zu schnarchen. Hallo, ein Zuschauer. Ich grüße dich. Oh, es gibt auch eine Traumsequenz. Da sind wir auch schon wieder. 56 Schuss. Im Schnellfeuergewehr. Ich glaube, das ist ein Nachtsichtgerät. Ich schlafe mit ein Nachtsichtgerät an. Aus Gründen. Man hört ihn immer noch hier irgendwo rum. Oxidieren. Aber... Bug sei Dank. Oder... Oder Feature sei Dank, weiß ich es. Da hinten. Da. Er hat einfach keinen Bock mehr. Hätte er schon mal Bock, auf ihn zu schießen? Nein, hab ich nicht. Ganz im Ernst. So. Knarre in der Hand. So kann das bleiben. Wenn der keine Lust auf mich hat, hab ich auch keine Lust auf ihn. Ganz einfach. Wie eine jede gute... Äh... Hassbeziehung funktionieren sollte. So. Hier runter. Das prächt dir nicht deine sexy Füßchen. Sonst, äh... Gibt's sexy was aufs Maul. Können wir jetzt... Keep him alive. Wie? Jetzt? Was? Jetzt sollt ihr mich... Äh... Was? Hab ich das richtig verstanden? Jetzt sollen die mich lebend kriegen, weil sie jetzt gecheckt haben, dass ich auf dem Weg nach Yanta bin. Oh, mein Zuschauer ist weg. Biatsch. Das merke ich mir. Junge. Ich guck dir auch nicht mehr zu, glaub mal du warst. Solange es nicht piept, ist es nicht ungesund. Ganz einfache Regel. Da sollte ich vielleicht nicht durchlaufen. Es blubbert. Feinde? Nein, es ist grün. Das heißt... Homies. Endlich bin ich nicht mehr allein. Na, aber natürlich. Selbstverständlich werde ich durch die Nacht gejagt von dem Helikopter. Und die Kollegen sitzen hier und halten Maul auf den Pfeil. Fuck! Ich hab's noch gesehen. Aber das ging wahrscheinlich jetzt eher an die Rüstung, ne? Oh, nö. Geht. Dreck. So, Kinder. Alles hier los? Ja, klar. Radiation. Hm. Richtig. Ich seh das ähnlich. Ich wünschte, ich könnte russisch. Wie? Ach so, da. Doch, hier komm ich rein. Mein Name ist Hans. Guten Tag. Und ich möchte gerne rein. Servus. Ihr seid alle meine Homies. Ihr seid alle meine Homies. Oder um die Zeug, was ich klauen kann. Du schläfst? Dann rede ich mit dir. Ach, ihr seid einfach nur Stalker? Standard-Stalker? Durchschnitt-Stalker? Darf ich dir diese Knarre verkaufen? Die du nicht leisten kannst? Also, gib mir mein Geld wieder. Du Lump. Ihr seid alle Homies von hier. Gut, nee. Dann gehe ich jetzt zum Doktor. Das ist mir jetzt zu doof, mit euch zu reden. Euch verkauf ich später meinen Schmarrn. Erstmal will ich hier. Gott sei Dank bin ich hier durch. Es ist so. Ach, Kinder. Diese Stelle. Wie gesagt, die hat mich dazu gebracht, die ganze Geschichte immer kurzfristig einzuäschern. Und k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-ziehen. Every day I'm ruckling. Thank God you're alive! Seems the colonel called off the patrols in time. It would have been better if they were called off sooner. How are you feeling, Stralon? Is your memory coming back? I am worried about your condition. After what's happened, I can't imagine. Shhh. Do you hear that sound? What? Was passiert hier? Okay. Und, falls ihr euch das fragt, nein, ich hab das bisher noch nicht durchgespielt, das Spiel. Also ich... Also klar, den Originalteil, aber nicht das. Okay. Alles klar,chen. Was? Welcome, my friend. Let our meeting begin. Are you ready to follow our plans, even if the price will be your life, Agent? Yes, Master. I humbly await further instructions. If... Your enthusiasm is praise worth reading. But you must understand that this creature Dieser Mensch hat Macht, die niemand von unseren vorherigen Ancestern geschafft hat in der wildest Imagination. Du musst ihn folgen, ihn aufzureden und wenn die Zeit kommt, mach was du musst. Was er schützt, ist, er erforscht. Unsere Orgene ist sicher, er wird nie wissen. Er wird ihn nicht kontrolliert. Dieser Mensch kann nicht kontrolliert und wird in jedem Moment einiges zu über unsere Kontrolle. Es sind, äh, sprechende Blöcke. Sprechende Blöcke. Oh, die Illuminaten. Es geht ab. Das ist nochmal eine Aussage. Nein, Majestö, es wird fertig sein. Bei der Macht bestätigt in mir, erkläre ich diese Form fest. Bitte, Yuduchi modem, illustratione, penis noster, adios. Hier. Genau. War das Latinum? Oder doch wieder Russisch? Man weiß es nicht. Also ich zumindest nicht. So, da bin ich wieder. Back in the game. Hoffentlich. C-Form laden. Ja, lad mal die C-Form. Die Sau. A- und B-Form bringen es nicht. C-Form. Und Safety, was? Hi. Hallo. Winke, winke. Du, nicht böse sein. Ich muss erstmal was essen und was trinken. Nom, nom, nom. Und le Wurst. Strahlenwurst. Jetzt mit extra viel Strahlung. So. Alter, das kann ich alles klauen. Krass. Hi. Was geht ab? Ich habe meine Wurst gone there and down to the bed and gave you a stone door of my herbal remedy. Hoping I would wake up. What happened? Did you see anything while you slept? I saw anything that gave me a scramble with my brain for a moment. Kann ich mit dir tauschen, Nils? Äh, 5000. Hier, dann kriegst du erstmal eine Knarre und äh, eine... Ne, lieber halte ich lieber mal. Wer weiß, für was sie gut ist. Und sonst, äh, ja, erstmal nur das. Wiedersehen. Äh, keine Krä będą. Dad Oh, okay. Ah, die Dame brainwashing. Hi, I'm Ghost, I'm in the east side, in the basement, near the abandoned village. Get there alive. Ah, okay. Okay, thanks Doc. Tell me more about me when I return. Und wenn sie nicht gestorben sind, find and talk to Ghost. Und eine Camp Elimination habe ich noch auf. Da sollte ich eigentlich nur noch die Dings kriegen, die Belohnung, aber das ist ein bisschen weit weg. Deswegen, äh, nein.